Und damit herzlich willkommen zurück, liebes Universal. Let's play with my Arkham Asylum mit dem Buskhaus-Joker, dessen Mikro gerade leicht verrutscht ist, aber naja, anyways, fuck it. So, wir waren zuletzt hier wieder stehen geblieben, nachdem wir Killer Croc die Dings entlissen haben, entlockt haben. Ähm, na, ihr wisst schon, hier die, äh, die Dings halt. Ähm, ja. Ja, okay, kein Objekt, na gut. Ähm, ja, wir sollen jetzt wohl dann zur Betthöhle, um ein Anti-Titan-Gegenmittel-Krampel zu entwickeln, was, äh, hoffentlich relativ einfach ist. Und, ähm, irgendwas sagt mir, hier ist noch ein Riddler-Rätsel oder so, irgendwas. Ich werde das nutzen, ich werde hier ein bisschen, ähm, noch durch das Intensive Treatment wandern. Und werde gucken, ob ich nicht irgendwo noch, ähm, hm, noch ein paar Sachen finde. Weil, wie ihr seht, es ist noch einiges offen hier. Äh, und das hätte ich auch gerne geholt, weil wenn, dann machen wir es schon ganz, dann können wir uns auch, können wir auch direkt versuchen, den 100%-Spielstand zu holen. Mal ein bisschen Vorarbeit, dafür habe ich ja geleistet, ähm, super. Da komme ich natürlich nicht rein. Troll. Ja, Spiel, das finde ich jetzt ein bisschen scheiße von dir. Ah, da, ah, hier komme ich rein. Gut. Ach, ja. Ja, ich könnte direkt zur Berthöhle gehen, aber... Okay. Aber wie ihr unschwer erkennen könnt, wir haben hier noch ein Riddler-Rätsel offen. Unter anderem, ich weiß auch schon, wo es ist, weil ich bin nämlich dran vorbeigelaufen. Das war irgendwo hier. Oder war das hier? Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock auf der Karte nachzugucken. Okay. War doch da hinten. Fuck you, Riddler, fuck you. So. Okay, wo ist mein Kryptograph? Da ist er. Wo ist das? Ah, da. Gut. Okay, das ging schnell. Ja, ich weiß. Sidequests langweilt. Oder langweilt euch zumindest. Aber, ähm... Ist mir ehrlich gesagt ziemlich wutscht, weil, äh... Naja, wie schon gesagt, ich nehme das gerne mit, weil dafür gibt es halt extra XP and so on. Und das ist halt alles sehr cool. So. Hier haben wir... Wirk zu klein. Dammit. Stück dichter. Willkommen zur Enigma-Show. Fuck you, Riddler. Ich habe es schon gelöst. Weil wir fehlen gar nicht mehr so viele Upgrades. Dann habe ich es schon so weit geschafft eigentlich. Ähm... Weil wir hier unschwer erkennen können, wir haben ja noch einiges, was wir machen können. Wenn wir mal jucken, kann ich das auch? Ja, ich kann es lahmlegen. Lalalala. Weil zur Berthöhle können wir dann immer noch. Später. Ähm... Da will ich mal sehen. Habe ich hier irgendwas vergessen? Nope. Sieht nicht so aus. Gut. Na, komm. Sehr schön. So, hier. Abwechslungskorridor. Hier sind wir am Anfang mal durchgelaufen. Falls sich der eine oder andere noch erinnert. Ähm... Kann ich jetzt eigentlich auch da hinten lang? Sieht fast so aus. Gucken wir mal. Ach, damn it. Scheiß Tür. Öffne dich doch ein bisschen schneller. Boah, Nerv. Jetzt geht das wieder los. Du verdammte Scheiß Tür. Einfach öffnen. Mehr wollte ich gar nicht. Entgiftung. Ja, hier waren wir auch schon. Soll es aber laut Karte auch noch was geben. Da haben wir zum Beispiel ein Joker-Gebiss, das ich aus irgendeinem Grund nicht so wirklich gesehen habe. Gut, hinten wird das erledigt. So, jetzt gab es hier noch ein paar hundert Millionen verschlossene Türen. Die hier. Dann komme ich nämlich auch zur Riddler-Statue. Die sich dahinter befindet. Ja, by the way, ich habe dann die letzte Folge von Killer Flash und seinem Megaman X1 Let's Play gesehen. Dafür herzlichen Glückwunsch und danke für den übermittelten Glückwunsch. Hier haben wir noch ein Tonband von Harley Quinn. Das wird mir mal elf freuen. Die in letzter Zeit auch dauernd rumzickt. Aus welchem Grund auch immer. Ja, ist wohl auch die berühmte Weihnachtshistorie oder so irgendwas. So, hätten wir das auch geklärt. Ach, Batman, runter da. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann gucken wir gleich mal weiter, ob wir hier nicht noch irgendwas vergessen haben. Nope, sieht nicht so aus. Also, so weiter im Text. Jetzt fehlen nur noch ein paar Arkham-Chroniken. Und Scheiß-Track. Tür. Tür. Dammit, Scheiß-Tür. Das geht doch. Okay, ein Zylinder und ein Frag. Ach, stimmt, dann war das hier. Irgendwo. Ähm, nur wo. Nur wo. Mal weiter hier lang. War das hier? Nope. War es nicht. Scheiß, Jake. Also, es ist so verwirrend hier. Irgendwo war hier so ein Büro, wo man reingehen konnte. Ah, there we go. Stellst du dich der Herausforderung? Ja, mach ich doch. Ich bin doch schon dabei. Sehr schön, der Hammer ist doch schon. Und wieder 200 XP. Wir schauen auf der Karte nach. Hier gibt es nämlich noch mehr. Ich will nur gucken, ob ich richtig gelaufe. Natürlich nicht. It's pretty bad. Egal. Hier lang? Äh, lalala. Okay, direkt vor mir. Ah, aha. Alles klar, ich hab's. Irgendwo hier. Oh, Batman, lass dich nicht so feiern. Ah, there we go. Ja, komm. Komm. Sehr schön. So, kann ich mich doch schon so rüber grappeln? Nee, kann ich nicht. Nicht wirklich. Cool, ich kann auch einfach rüber springen. Das geht auch. Komm rein da. Batman, rein da. So, und was haben wir hier? Eine Arkham-Chronik. Sehr schön. Ja, fuck you. Da fehlen noch einige Arkham-Chroniken. Und ich würde sagen, es ist wieder Zeit für ein Upgrade. Upgrade. Sehr cool. So, dann gucken wir mal. Wir haben noch einige übrig. Wir haben hier den Lenk-Bettering. Das ist der Schallschock-Bettering. Upgrade. Ich glaube, wir gönnen uns den Multifrequenz-Zünder. Die Selbstmord-Manschette aus der Kraft setzen, wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, aber, naja. Anyways, fuck it. So, dann gucken wir nochmal auf der Karte. Was ist das hier? Patentenrüchstellungskammer. Okay, dafür muss ich hier hoch. Entgiftung. Okay, wo ist die Karte da? Okay. Ich muss ganz nochmal durch die Entgiftung durch. Lolololololo. Mein Mikro verselbstständigt sich wieder, für den Fall, dass ich zu leise bin, sorry. Da muss ich gerade mal, Moment, ich muss, Moment, ich muss gerade mal mein Mikro wieder rüchten. So, jetzt. So, jetzt müsste es schon wesentlich besser sein und dann gucken wir mal weiter. Im Text. Und zwar ist das irgendwo dahinten. Das heißt, hier drüben, dass es irgendeine, es sollte Luftschacht geben. Was ist das? Ein Luftschacht. Schön. Da wollte ich eigentlich hin. Lalalalalala. Lalalala. Ach ja, schön durch Luftschächte griechen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. What the fuck? Was war das? Ah, ich glaube, ich würde es gar nicht wissen. Oh, shit. Gut, das wird wohl so nichts. Das ist sehr dumm. Jetzt müssen wir wieder zurück. Scheiße. Was? Mist. Gut, dann sind wir wieder hier. Okay. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Ich benutze es jetzt einfach mal. Okay, das Tor war wohl noch aktiv. Dann ist es jetzt hin. Naja, egal. Müssen wir mal gucken, wenn hier geradeaus und durch, okay. Also wieder hier lang. Oh Mann. Diese Türen gehen mir vielleicht auf den Sack. Hallo Tür. Tür. Gut. Gut, wo ist das? Irgendwo hier drüben. Kann ich das lahmlegen? Ist hier ein Schalter. Not really. Da, 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 da. Da, 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 da. Gucken wir mal. Okay, laut Aussage der Riddler-Karte direkt hinter mir. Was ist das? Ah, fuck you. Dann wird das wohl hier oben sein. Na, komm. Ha, hab ich gar nicht gesehen. Also, hoch da. Was haben wir hier? Eine Trophäe. Schön. Sehr, sehr schön. Ah, gut. Dann, äh, okay, das ist unten in der Kammer selbst. Ich meide jetzt einfach mal die Wasserspeier. So, wir schauen nach. Hier drüben. Irgendwo, irgendwie. Äh. Äh. Bullshit. Hier. Ah, stimmt. Da war ja noch was zum Sprengen. Das sieht doch sehr nach Riddler-Rätsel aus. Nein. Du sollst es scannen, Batman. Sehr schön. Maxi-Toyce. Okay. Damit hätten wir eine weitere Biografie. Okay.